Und dann haben wir gerade noch gegessen, jetzt war ich Busch und hab mich fertig gemacht, bla bla bla. Ja und Leute, was geht? Und willkommen zu dem wahrscheinlich besten Kanal, auf dem ihr jemals wart. So, ich hab jetzt gerade das Video von gestern fertig geschnitten und denke, ich bin ganz gut in der Zeit eigentlich. Ich hab jetzt gleich noch einen Termin, deswegen bin ich dann mal kurz nicht so am Start. Ja, ich chill jetzt noch einen Moment, dann mach ich mich fresh und so, dann geh ich mal los. Und ja, wird sein, wir sehen uns dann einfach später wieder. Und ich bin mal gespannt auf die Halloween-Party heute Abend. Ich denke, das wird sehr nice, auch mit diesem Beamer, was wir da gestern gemacht haben. Ja, deswegen bin ich gespannt. Bleib dran und bis später. So, ich bin jetzt wieder zurück von meinem Termin und jetzt gehen wir eine Runde mit Kaido raus. Und ich denke, ich kürz die Runde zur Hälfte ab und geh nur halb mit und geh dann mal kurz zum Friseur und mach meine Seiten wieder clean. Hab ich jetzt nämlich seit vier Wochen nicht, also wird's mal wieder Zeit. Und dann will ich sagen, sehen wir uns später, wenn ich wieder zu Hause bin. Wir werden wieder zurück vom Friseur, wie man sieht. Und hab jetzt gerade noch eine Krankheit gegessen, weil ich auch nichts gefrühstückt hab vorhin. Und jetzt fahren wir wohl gleich mal zum Ruhrwürf, weil meine Freundin hat eine Jacke gekauft für Kaido, aber die passt eben nicht. Deswegen will sie die umtauschen. Und wir müssen eine neue Tasse holen, die an meiner Geburtstagsfeier hier kaputt gegangen ist. Zeig ich euch dann später. Also würde ich sagen, wir fahren jetzt erstmal ab und dann sehen wir uns gleich beim Ruhrwürf wieder. Krass, wir brauchen eine neue Tasse. Und dann wäre er Gesicht drin, voll lustig. Kaido. Na, so wir sind jetzt zurück vom Ruhrwürf. Und ich denke, ich werde mich jetzt nochmal einen Moment hinlegen. Ja, weil ich sonst glaube ich heute Nacht nicht durchhalte. Und dann essen wir noch, dann mache ich mich ready und dann mache ich mich auf den Weg zur Hälftenparty. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann nach meinem Schläfchen wieder. Bis später. Ich habe irgendwie nochmal eine halbe Stunde oder so geschlafen, bis ein Powernap gemacht. Und dann haben wir gerade noch gegessen. Jetzt war ich Buchen und habe mich fertig gemacht. Blablabla. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich los. Mache mich auf den Weg Richtung Club. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Aber was geht's? Ich bin jetzt bei meinem Bruder und sammle den jetzt schnell ein. Und dann fahren wir weiter Richtung Club. Ja, ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, wie es heute wird und wie es dann alles so aussieht. Ich denke, ich muss jetzt noch ein bisschen was vorbereiten mit dem Beamer und so weiter. Ich muss mich auch noch bei YouTube anmelden für diese, was da im Hintergrund läuft, diese Video-Playlist. Wegen YouTube-Premium, dass da zwischendrin keine Werbung kommt, weil sonst wird es echt blöd. Ja, und dann schauen wir mal. Jetzt hat mir eben noch ein Kumpel geschrieben, dass das Game Dark and Darker draußen ist. Das sieht ziemlich nice aus. Das ist so ein PvE, PvP-Roleplay-Ding. Und ja, je nachdem, wann ich rauskomme, würde ich das heute Nacht noch runterladen. Dann geht es auf jeden Fall morgen ab, wenn wir das zocken. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich rauskomme, weil ja heute Nacht die Uhr umgestellt wird. Wir müssen eigentlich bis drei Uhr. Aber durch die Uhrumstellung wird es ja jetzt noch eine Stunde, also von drei auf zwei wieder umgestellt. Heißt da schon noch eine Stunde länger. Wenn viel los ist, machen wir vielleicht noch eine Stunde länger. Also es könnte auf jeden Fall ein langer Abend werden. Ja, also würde ich sagen, sehen wir uns einfach später wieder. Ich werde im Club ein bisschen was filmen, wenn die Zeit es zulässt. Und ja, dann sehen wir uns später. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr zerstört nachher. Aber sehen wir dann. Also bis später. Peace. So Leute, ich bin wieder zu Hause. Es ist mittlerweile viertel vor sechs. Ja. Es war einfach krass anstrengend heute. Super nervig. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, da wirklich was zu filmen, weil einfach nur Stress war überall. Und es war für eine Halloween-Party leider gar nicht mal so cool. Ich habe es mir anders vorgestellt. Die Musik war alles in allem nicht so geil. Ein paar Sachen haben nicht funktioniert. So lichttechnisch und so. War alles nicht so toll wie eigentlich geplant. Aber ich bin mal gespannt. Ich setze mich jetzt, denke ich, noch mal kurz an den PC und gucke, ob ich dieses Spiel runterladen kann. Und dann gehe ich schlafen. Also ich würde dann wieder sagen, danke an alle, die bis hierhin wieder zugeguckt haben. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um in Zukunft kein Video zu verpassen. Folgt mir auch auf Twitch, TikTok, Instagram, überall sonst. Da gibt es auch immer was zu sehen. Und dann würde ich sagen, danke und bis morgen. Ciao. Ciao.